Was ist für Sie der grösste Vorteil der neuen Cloud-Lösung und vom Betrieb im Operation Care? Der Vorteil ist einerseits, dass wir jetzt keine eigene Server mehr im Haus haben, dass die ganze Datensicherung und alles ausgelagert ist und vom professionellen Partner, in diesem Fall Backenstoss, übernommen wird, überwacht wird und auch weiterentwickelt wird. Der zusätzliche Vorteil ist, dass man mit der Cloud-Lösung auch in der digitalen Welt viel mehr Möglichkeiten hat und Optionen, um das Geschäft zu betreiben. Die Firma Spross ist ein Familienunternehmen, das über 125 Jahre alt ist und unterdessen in der fünften Generation von Natalie Spross als CEO geführt wird. Wir sind tätig in dem Bereich Gartenbau, Transport und Recycling und im Immobiliengeschäft. Meine Aufgabe in der Firma Spross ist, ich bin verantwortlich für die Finanzen, das Controlling und die IT und bin seit jetzt bald acht Jahren in dieser Firma tätig. Was war der Ausschlaggebende Punkt für die Firma Spross, den Schritt in die Cloud und in einen gemanagten Service mit der Firma Backenstoss zu gehen? Vor etwa zwei Jahren haben wir entschieden, dass wir keine eigenen Server mehr wollen, dass wir unabhängig sein wollen von eigenen Geräten, dass wir den Schritt in eine Cloud-Lösung machen wollen, damit wir auch mehr Optionen haben, uns in der digitalen Welt zu bewegen und unser Geschäft so zu bearbeiten. Der Ausschlag für Backenstoss hat gegeben, dass wir in der Evaluation verschiedene Arbeiter angeschaut haben und aufgrund von den Punkten, die für uns wichtig sind und auch von der Referenzauskünfte, die wir eingeholt haben, überzeugt sind, dass wir so den bestmöglichen Partner für diesen Schritt in die Cloud-Umgebung arbeiten können. Mein Name ist Yves Bertschinger, ich bin Service-Manager bei der Backenstoss und verantwortlich für die Services, die wir bei der Spross erbringen. Die komplette Server-Infrastruktur der Spross betreiben wir auf Azure. Zudem nutzen wir diverse Funktionen von Office 365 wie Teams, OneDrive for Business oder Exchange. Eine besondere Herausforderung war, die Legacy-Applikationen von der Spross in Azure zu betreiben. Mittels Windows Virtual Desktop ist uns das hervorragend gelungen. Im Rahmen von Operation Care stellt mein Team den IT-Betrieb von der Spross sicher und ist der erste Ansprechpartner für sämtliche IT-Probleme der End-User der Spross. Ich freue mich mit diesem Service zum Erfolg der Spross-Gruppe beizutragen. Der wichtigste Punkt in der Zusammenarbeit ist für uns, dass wir auf der Gegenseite kompetente Partner haben und vor allem auch, dass sie immer Zeit haben für unsere Anliegen, dass sie zeitnah reagieren können, wenn wir ein Problem im Alltag haben. Das ist der grosse Vorteil. Wichtig war uns auch, dass wir eine möglichst durchgehende IT-Lösung haben. Das heisst, dass wir nicht unnötige Schnittstellen haben, die uns dann einerseits Sicherheitslücken aufbringen würden und andererseits auch bei Anpassungen grossen Aufwand bereiten würden.